Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Zu Beginn des Videos möchte ich euch nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich werde es noch zwei, drei Tage mit den Neujahrsgrüßen durchziehen, aber manche haben vielleicht noch kein Video in diesem Jahr gesehen, von daher nochmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und gut reingerutscht. Ansonsten geht es heute um Gerda Luis und heute mal direkt vor der Kamera. Das habe ich mir ja vorgenommen fürs neue Jahr, dass ich mich zumindest ab und an mal hier auf dem Kanal auch zeige. Nicht immer, weil ich das auch ganz gerne mal als Radiosprecher hier durchziehe, aber immer öfter zumindest. Werde ich das hier durchziehen, auch vor der Kamera. Und heute geht es um Gerda Luis. Sie hat ja eine Insta-Story rausgehauen, die sehr tränenreich war und sie hat mich mitten ins Herz getroffen. Und wenn euch das Thema interessiert, dann lasst gerne auch ein Abo da. Das würde mich riesig freuen, denn morgen geht es nochmal um das gleiche Thema, denn Oliver Pocher hat auch nochmal auf sie geantwortet. Aber das sollte jetzt hier nicht den Rahmen sprengen, weil ich euch ja auch mal die ganze Story dann zeigen will von ihr. Und dann gehen wir erstmal auf sie heute ein. Und dass sie mich ordentlich getriggert hat und einige von euch auch, das ist mir relativ schnell aufgefallen, denn ich habe wirklich viele Nachrichten zu dem Thema auch bekommen. Also wenn ihr immer Nachrichten mir schreibt auf Instagram oder Twitter, liebend gerne, also folgt bitte auch gerne, denn sonst kriege ich nicht immer alles mit und sonst hätte ich wahrscheinlich auch so schnell dieses Video gar nicht drehen können für euch. Und das ist auf jeden Fall ziemlich auch krass gewesen, was ich dann da gesehen habe. Aber seht erstmal selbst, was die gute Garde so tränenreich uns zu sagen hat. Vielleicht würde ich diese Story so niemals machen und niemals hochladen, aber ganz ehrlich, die Menschen sollen sehen, was sie mit einem Menschen machen und wie sehr gewisse Nachrichten einen Menschen auch verletzen können. Und ich bin gerade so traurig und sauer und alles, wie man grundlos einem Menschen solche Nachrichten schreiben kann, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe niemanden zu irgendwas angestiftet. Ich wollte nie irgendwem irgendwas Böses und ich rede auch nicht von Kritiknachrichten, sondern ich rede von diesen sinnlosen Beleidigungen, wie dein Leben ist sinnlos und alles, was du machst, ist total unnötig und lösch am besten dein Instagram. Was seid ihr für Menschen? Wie könnt ihr andere Menschen sowas schreiben, die euch niemals irgendwas Böses getan haben, die auch niemals irgendeine böse Intention hatten? Ich werde es einfach nie verstehen. Und sowas verletzt mich einfach, wie böse und gemein manche Leute sind, ohne dass man selber irgendwas Böses getan hat oder ohne dass man selber irgendwas Böses wollte. Ich wollte einfach nur meine Story cool gestalten für meine Follower, weil ich ganz genau weiß, dass dir das interessiert. Und ich wollte einfach mal in dieser schweren Zeit etwas Schönes machen, etwas, was jemandem vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zaubert und dafür bekommt man dann solche Nachrichten. So, es tut mir leid, aber denkt ihr wirklich, dass sowas spurlos an einem vorbeigeht? Denkt ihr, wir Influencer sind Roboter, dass wir keine Gefühle haben, dass wir nicht uns verletzt von sowas fühlen? Dann liegt ihr auf jeden Fall falsch, weil wir sind einfach nur normale Menschen. Und ich weiß nicht, geht ihr auch täglich zu euren Mitmenschen hin und sagt denen, dass das Leben von denen sinnlos ist oder dass die, keine Ahnung, ihr Handy wegschmeißen sollen. Was weiß ich sowas. Wie könnt ihr sowas mit eurem Gewissen vereinbaren? Ehrlich, mir ist es jetzt wirklich komplett egal, dass ich mich so zeige, dass ich mich angreifbar mache. Mir ging es nicht nur einmal so wie jetzt, mir ging es schon öfter so. Aber ich musste immer die harte spielen, ich musste immer die starke spielen. Ich habe das nie auf Instagram gezeigt, weil sobald du dich verletzt zeigst, machst du dich noch angreifbarer und noch verletzlicher. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit habe und einfach auch sehr viel einstecken kann, ohne das zu kommentieren. Aber ich hatte einfach keine Lust mehr, mich jetzt gerade zu verstecken und mir jetzt, oder jetzt zu verstecken, wie es mir eigentlich geht. Mir geht es gerade ziemlich scheiße und ich weiß nicht, vielleicht seid ihr stolz darauf, dass ihr mich jetzt so verletzt habt. Und ja, wenn es euch dabei gut geht und wenn ihr glücklich darüber seid, dass ihr euren Frust an mir abgelassen habt, dann könnt ihr jetzt stolz darauf sein. Ihr habt es geschafft, mir geht es scheiße und ihr habt mir komplett wahrscheinlich die nächsten Wochen versaut. Teddy hat gerade das Gefühl, dass irgendwas nicht mit mir stimmt, oder Schatz? Oh Baby, du bist für mich da, ne? Bevor ich mich für heute von hier abmelde, weil ich natürlich offensichtlich heute keine Storys mehr machen werde, wollte ich noch eine kurze Sache zu diesem Schneefoto aus dem Auto was sagen. Leute, was gibt euch das Recht, mir vorzuwerfen? Ich würde Leute dazu animieren, aus einem fahrenden Auto ein Foto zu machen. Dieses Foto habe ich vor einem Monat gemacht. Es gibt tausende solcher Fotos als Inspo-Bilder im Internet. Und es ist noch nie, noch nie habe ich irgendeine negative Nachricht dazu bekommen. Außer, als Oliver Pocher in seiner Story gesagt hat, ich würde Leute dazu animieren. Kriege ich tausende, okay tausende nicht, aber keine Ahnung, bestimmt 100 Nachrichten, wie verantwortungslos ich sei, dass ich Leute zu sowas animiere, aus fahrenden Autos Fotos zu machen. Und so, Leute, was ist denn, was ist los mit euch? Ich habe doch nie irgendwas, wenn ich das unbewusst gemacht habe, dann tut mir das natürlich leid. Das kann man mir auch einfach nett sagen. Man hätte mir das auch nett schreiben können. Und Oliver Pocher hätte mir das auch einfach mal schreiben können. Und ich hätte dieses Bild auch löschen können. Und hätte auch einsehen können, dass es vielleicht nicht ganz durchdacht war. Aber das so in seiner Story auszulegen, als wäre ich der schrecklichste Mensch und würde sagen, macht alle dieses Bild, das ist einfach falsch und das ist einfach gemein. Und ihr könnt einem nicht alles zum Vorwurf machen, was man macht. Also ich stelle mich ja auch, keine Ahnung, in den Bergen vor eine Klippe vielleicht und mache da ein Foto, was ich schön finde. Und da sagt ja auch keiner, du animierst Leute dazu, sich von der Klippe zu stürzen. Oder ich mache, keine Ahnung, ein Bild vor meinem Fenster und die Leute sagen, du animierst dazu, die Leute sich aus dem Fenster zu stürzen oder auf einer Brücke. Und du animierst die Leute, von einer Brücke zu springen. Das könnt ihr doch nicht machen. Das ist einfach nur eingefallen und achtet einfach mal ab und zu darauf, wie ihr einem Menschen begegnet, was ihr zu einem Menschen schreibt, welche Wortwahl ihr verwendet. Weil ich bin ein starker Mensch, ein sehr starker Mensch. Und selbst mich verletzt das gerade extrem. Was denkt ihr denn, wie es Menschen geht, die eben nicht so eine starke Persönlichkeit haben und die alles vielleicht viel persönlicher nehmen? Wisst ihr eigentlich, was ihr solchen Menschen damit antut? Ich wünsche mir einfach nur für euch, dass ihr euch ein paar Gedanken darüber macht. Und dann wollte ich noch einen ganz, ganz großen Dank aussprechen gerade, weil ich bekomme so, so, so viele liebe Nachrichten von allen möglichen Leuten. Vielen Dank, ihr seid richtig, richtig süß. Ich melde mich auf jeden Fall für heute das erste Mal ab. Vielleicht melde ich mich morgen bei euch. Ich muss jetzt einfach das so ein bisschen verarbeiten. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall einfach bei euch, wenn es mir besser geht. Die gute Gerda ist dann vor Instagram und ihren fast eine Million Followern zusammengebrochen. Und normalerweise, wenn eine Frau vor mir weint und das ehrlich rüberkommt, dann möchte man sie trösten und in den Arm nehmen. Zumindest ist es bei mir so. Und ich denke auch bei den meisten von euch, wenn eine gute Freundin von euch weint oder wie auch immer, absolut in Ordnung, wenn man die dann auch bemitleidet. Allerdings kann ich das bei einer Gerda Louise irgendwie nicht so richtig fühlen. Wenn sie wirklich so traurig wäre, dann würde sie, glaube ich, jetzt nicht vor ihren paar hunderttausend Followern, die die Storys dann gucken, tränenreich zusammenbrechen und ihre Gefühle teilen, sondern würde sich vielleicht erst mal zurücknehmen und sagen, Mensch, ich komme überhaupt nicht klar und mache dann vielleicht ein paar Tage später so eine Story. Das wäre auf jeden Fall authentischer gewesen. Es ist auch gar kein Problem, das scheint sich nicht zu verstehen, Bilder zu teilen oder seinen Lifestyle zu zeigen oder mal seine Meinung zu sagen zu einem Thema, auch wenn die nicht immer richtig sein muss. Das ist vollkommen legitim. Wir hätten mir sogar wesentlich lieber, als wenn alle irgendwie um die Welt jetten würden, wenn die mal ihre Meinung sagen würden und einfach auch ein gutes Vorbild wären. Das macht sie allerdings nicht. Sie ist sich ihrer Vorbildfunktion nicht wirklich im Klaren und das ist einfach traurig. Sie hat eine Million Follower fast auf Instagram, das ist eine ganze Menge. Das ist eine riesige Reichweite und viele Jugendliche oder Kinder, junge Frauen und Co. himmeln sie an und sagen, Mensch, so veganer möchte ich auch sein, so ein Lifestyle möchte ich haben. Und wenn man dann halt irgendwelche Bilder im Schnee teilt, die dann zu einem Trend werden und dann mehr oder weniger viele dazu bringt, auch in den Schnee zu fahren, während eines Lockdowns, wo viele in Kurzarbeit sind aufgrund des Lockdowns oder halt ihre Arbeit komplett verloren haben oder im Krankenhaus tätig sind und täglich Corona-Fälle behandeln müssen oder pflegen müssen, dann sollte man sich doch mal ein bisschen hinterfragen. Das ist zumindest meine Meinung und ich kann nicht verstehen, warum sie sich dessen nicht bewusst ist und das ist einfach nur noch traurig, dass die Leute das nicht checken und sie scheinen gar nicht so blöd zu sein. Hier und da merkt man ja, okay, sie macht sich ein bisschen Gedanken, weil eine wirkliche Selbstreflexion ist bei ihr nicht vorhanden und das finde ich einfach nur sehr, sehr bedauerlich und auch traurig bei ihr und kann es nicht wirklich nachvollziehen, warum sie sich so gibt und warum sie nicht einfach versucht, zumindest auch ein gutes Vorbild in dieser Phase des Lockdowns wenigstens zu sein. Sie kann ja danach wieder verreisen nach Dubai oder wo auch immer jetzt gerade der Trend liegt, aber keine Ahnung. Also mir fehlen da irgendwie ein bisschen die Worte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und ich finde es auf jeden Fall ziemlich tragisch, dass die Dame sich ihrer Reichweite nicht bewusst ist und auch gar nicht checkt, warum Leute wie Oliver Pocher oder Leute, die ihr folgen, sie auch kritisieren. Wie gesagt, Morddrohungen, Beleidigungen sind absolut scheiße. Leider Gottes muss man aber auch damit rechnen. Ich bin natürlich der Meinung, dass sowas sich absolut nicht gehört, aber ich finde, normale Kritiknachrichten und Nachrichten, die sie mal ordentlich darauf hinweisen, sollten noch im Rahmen sein, gerade auch bei ihrer Reichweite. Und wie gesagt, sie verdient damit ihr Geld, sie hat sich das selber ausgesucht und sie verdient damit auch nicht so schlecht, ja, auch wenn man da hier und da mal eine blöde Nachricht bekommt. Das kriege ich auch, ja, damit muss ich auch leben, dass hier vielleicht unter dem Video Leute, ja, mir die Meinung geeignen und sagen, Mensch, wie sehen denn deine Haare heute aus oder schneidet ihr den Bart ab oder lasst ihn noch länger wachsen. Damit muss ich auch leben mit Oberflächlichkeiten, von daher ist das leider Gottes so. Aber wie gesagt, wir haben uns das ja auch ein bisschen ausgesucht, ja. Von daher ist das so erstmal meine Meinung zum Thema. Wenn euch das Ganze mehr gefällt, ja, oder generell ich euch sympathisch bin und ihr die tägliche Dosis Trash nicht mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke, das würde mich sehr freuen und folgt mir auch gerne auf Instagram und Twitter. Blende ich euch hier auch nochmal ein, würde mich auch sehr freuen, denn dort könnt ihr mir auch immer Nachrichten schicken, wenn irgendwas Aktuelles passiert ist und morgen kommt, wie gesagt, die Antwort von Oliver Pocher und die hat es in sich. Lasst euch das gesagt sein und dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder. Bis bald und ciao, ciao.